Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch eine super simple, aber trotzdem detailreiche Anleitung geben, wie ihr wunderschöne Gellacknägel auch als absolute Anfänger zaubern könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, dann bleibt auf jeden Fall dran und vergesst auch das kostenlose Abo nicht. Viel Spaß, los geht's! Zunächst einmal habe ich dieses Set hier zum Beispiel verwendet und wenn ihr sehen möchtet, wie meine Mama als absolute Anfängerin damit arbeitet, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und wir drehen gerne ein Video für euch. Jetzt geht's aber wirklich los. Zunächst einmal müsst ihr eure Naturnägel ordentlich vorbereiten. Ihr braucht zum Beispiel so einen Pro-Pusher, den ihr circa im 45 Grad Winkel über eure Nagelplatte führt und eure Nagelhaut somit von der Nagelplatte ablöst und diese ein bisschen ganz, ganz leicht zurückdrückt. Bitte nicht mit Gewalt arbeiten, also wirklich schön vorsichtig. Das darf nicht wehtun und sollte auch nicht unangenehm auf der Nagelplatte sein. Wundert euch bitte nicht, mein Nagel ist eigentlich schon vorbereitet. Ich möchte euch das aber trotzdem einmal zeigen. Mit der anderen Seite vom Pro-Pusher könnt ihr dann eben diese gelösten Hautschüppchen abnehmen oder noch besser, ihr nehmt einen Fräser zur Hand. Den nehmt ihr wie so einen Stift in die Hand. Ihr braucht einen geeigneten Aufsatz und dann stützt ihr euch mit eurem kleinen Finger auf jeden Fall ab. Das ist ganz wichtig, dass ihr zwar Bewegungsfreiheit habt, aber nicht frei handarbeitet. Außerdem darf der Fräser auf keinen Fall richtig senkrecht aufgesetzt werden. Auch hier bitte wieder im 45-Grad-Winkel anlegen und den Fräserbit über die Nagelplatte führen. So bei ca. 3000 Umdrehungen des Fräsers und somit löst ihr dann noch mehr Hautschüppchen von eurer Nagelplatte und das hilft, dass euer Gel sich nicht ablöst. Bevor wir Gel auftragen können, müssen wir den Naturnagel anmattieren. Die Pfeile nehmt ihr zwischen Zeige- und Mittelfinger, den Daumen oben drauflegen und den mittleren Teil, den verwendet ihr dann, um zu feilen. In langen Zügen sollte das geschehen, mit wenig bis gar keinem Druck, also aber auch nicht zu zaghaft. Da braucht man so einen Mittelweg. Wer sich nicht traut, mit einer richtigen Pfeile zu feilen und sich sehr, sehr unsicher ist, der kann auch einen gröberen Buffer nehmen. Ich verlinke euch hierzu auch mal ein Video. Ein Buffer ist eine etwas gummiartigere Pfeile, die so ein bisschen schaumstoffartig ist und nicht ganz so rabiat ist, wenn man den Umgang mit einer Pfeile noch nicht ganz gewöhnt ist. Außerdem müsst ihr darauf achten, dass ihr wirklich jede einzelne Ecke eures Naturnagels anmattiert, das heißt, diesen natürlichen Glanz abnehmt. Wer möchte, kann natürlich auch noch seine Nägel in Form feilen. Nun kommen wir einmal zur Basis. Ihr braucht ein sogenanntes Basegel bzw. Haftgel, welches ihr sehr dünn auftragen solltet. Wenn ihr mit einem Pinselfläschchen arbeitet, bitte gut am Flaschenhals abstreifen. Ihr setzt den Pinsel ca. ein Drittel vom Rand entfernt an und schiebt das Produkt in so leicht stupfenden Bewegungen an den Nagelrand. Und dann zieht ihr den Pinsel einfach nach vorne über das freie Nagelende und das macht ihr natürlich auch an den Seiten des Nagels. Und ganz wichtig, ummantelt das freie Nagelende und geht dann noch einmal drüber, damit eure folgenden Produkte auch wirklich gut auf eurem Naturnagel haften bleiben. Genauso ist es mit der Farbe. Auch hier verwendet nicht zu wenig. Ich streife immer eine Seite komplett ab für die erste Schicht und dann noch so ganz leicht an der Seite, die ich dann auf den Nagel lege. Auch hier wieder ein bisschen Platz zum Rand lassen und das Produkt dann mit dem aufgefächerten, aufgespreizten Pinsel zur Nagelhaut, zum sogenannten Nagelwall drücken und schieben und dann in relativ zügigen, streifenartigen Bewegungen nach unten lackieren. Das ist ähnlich so wie bei Nagellack. Da kennt ihr das, dass Nagellack dann trocknet und dann so Schlieren entwickelt. Und genauso ähnlich müsst ihr mit dem Farbauftrag bei Gel-Lack auch arbeiten, damit sich dieser gleichmäßig verteilt. Nach dieser Schicht natürlich auch wieder aushärten lassen und es folgt eine zweite Schicht. Ihr solltet bei Gel-Lack immer darauf achten oder bei Farb-Gel-Auftrag immer darauf achten, dass ihr in zwei bis drei dünnen Schichten arbeitet, damit ihr ein wirklich schönes, gleichmäßiges Ergebnis habt. Ab der zweiten Schicht lasse ich immer etwas mehr Farbe am Pinsel, damit ich auch wirklich eine gute Deckkraft erreiche. Aber achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Farbe habt und auch wirklich immer schön in langen Zügen runterlackiert, damit ihr an der Nagelspitze, also dort, wo das freie Nagelende beginnt, auch nicht zu viel Farbe sitzen habt und es somit auch nicht schäckig wird. Nach dem Aushärten sollte euer Nagel dann in etwa so aussehen. Wenn nicht alles gleichmäßig ist als Anfänger, ist gar nicht schlimm. Übung macht den Meister. Nach diesem Step könnt ihr Nailart auftragen. Ich zeige euch jetzt hier eine Nass-in-Nass-Technik. Ich nehme jetzt hier das Watercolor-Gel von Born Pretty. Das streiche ich in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auf und nehme mir ein paar Gellackfarben, mit denen ich jetzt in das feuchte Gel solche leicht geschwungenen Streifen setze. Ich setze einen großen, bogenartigen Streifen und dann mit etwas Abstand noch so wie ein Komma, könnte man sagen. Und dazwischen setze ich nochmal einen anderen Farbton und ihr seht jetzt schon, dass das Lila, was ich gerade reingesetzt habe, so leicht verschwimmt bzw. aufblüht. Und genau diesen Effekt möchte ich auch haben. Den Pinsel säuber ich jetzt einmal und ziehe nicht ganz mittig, also oben sollte ein bisschen mehr sein, unten etwas weniger, denn so bilden wir kleine Schmetterlingsflügel, die wir jetzt noch umranden. Und zwar, solche Lackliner sind im Prinzip ganz praktisch. Ihr müsst die aber auch so ein bisschen abstreifen, am besten auf so einer Palette oder einem geeigneten Untergrund, damit der Pinsel wirklich nicht zu viel Farbe dran hat. Außerdem beim Malen müsst ihr euch immer abstützen, genauso wie bei allen Steps auch immer schön abstützen, nie frei Handarbeiten. So habt ihr schön Kontrolle über euren Pinsel und eure Pinselstriche. Beim Aufsetzen des Pinsels solltet ihr dabei achten, dass ihr nicht zu viel Druck ausübt und den Pinsel, wenn ihr den nach unten zieht, also zu der Stelle, wo ihr eine Spitze haben möchtet, dann lasst ihr den so leicht wegflippen. Ich hoffe, man konnte das gerade gut sehen. Und ja, jetzt noch ein paar Details, falls ihr euch unsicher seid. Denn härtet immer zwischendurch an. Wenn ihr eine Linie geschafft habt, härtet die am besten zwischen 20 und 30 Sekunden produktabhängig an, damit ihr nicht immer wieder von vorne beginnen müsst. Denn es kann sein, bei so leichter Malerei, dass man da als Anfänger ein bisschen länger braucht. Da müsst ihr euch auch keinen Kopf machen. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach zwischendurch anhärten, damit ihr dann nicht immer wieder von vorne anfangen müsst. Nach dem Aushärten können wir dann auch schon versiegeln beziehungsweise einen sogenannten Topcoat auftragen. Auch dieser wird möglichst dünn aufgetragen und ich empfehle auch einen zu verwenden, der ohne Schwitzschicht aushärtet. Auch hier wieder das freie Nagelende ummanteln. Und dann seid ihr auch schon fertig mit eurer Gehllackmodellage. Meine Lieben, wir sind am Ende des Videos angekommen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr noch ein Video mit meiner Mama sehen möchtet und ob euch die Anleitung natürlich gefallen hat beziehungsweise ihr noch weitere Tipps und Tricks braucht. Selbstverständlich gibt es ganz viele Methoden. Es gibt natürlich auch noch Verlängerungen und so weiter und so fort. Aber in diesem Video wollte ich euch eine ganz einfache und simple Anleitung geben und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr noch eine Gelnägel gemacht habt, beginnt erst mal damit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald, meine Lieben. Ciao!